ja liebe leute wir sind wieder am start mit pokémon let's go eboli und wir sind dabei in den rematches mit dem top 4 und der nächste gegner ist uns nicht ganz unbekannt nämlich siegfried schön dich wieder hier zu sehen dank dir ist der ruf der pokémon digger in luftige höhen geschnellt als drachen profi und überhaupt der top 4 werde ich natürlich versuchen diesem beruf gerecht zu werden und mein bestes zu geben so auf sechs pokémon besitzt du und du beginnst mit dem thema und deswegen habe ich nachgeguckt welches pokémon das erste ist damit ich da auf mein team aufbauen kann jetzt weiß ich deswegen habe ich reichu vorne weggestellt um dieses thema und schon mal aus dem rennen zu nehmen dann los geht's rein yes baby ja gut volltreffer klar sehr gut aber egal weg ist es so ein erstes weg so das nächste pokémon was ihr jetzt in den kampf schicken wird ist aerodactyl und ich weiß dass ich mir jetzt selber gerade gleich ins bein schieße aber ich hoffe dass es durch kommt ich hätte jetzt jetzt auch eine versuche mit einem blizzard dieses aerodactyl schon mal aus dem rennen zu nehmen dann haben wir so ein sinnvolles problem weil ich sehe gerade was an attacken soher sind ich das ist ja das war das klar fragt das ist das kann nichts gut werden so warte mal was haben die tue nur drauf da bitte kann ich das kann nichts kontern ja ich muss es irgendwie versuche ich muss an diesem aerodactyl vorbei weil das ist eigentlich so dass meiner meinung nach schwerste pokémon was er hat für mich zu schlagen ist sind nicht mal so eine drache ist das ist ein blödes aerodactyl das muss da unten muss sofort baden gehen weil das fiech das kann nämlich viele meiner pokémon nämlich aus kontern jawohl komm jetzt ein bisschen glück mit der paralyse naja doch 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 das geht komm jetzt und noch mal donner schlag hinterher macht dieses aerodactyl kleinholz jetzt bin ich froh dass ich da durch bin das war so sein schwerster gegner meiner meinung nach weil das fiech das kann einiges machen gut garados ist jetzt nicht das übertrieben der schwere pokémon und dann weiß ich nicht mehr was danach ist weil dann ist die seite jetzt so ich glaube der donner sollte es eigentlich gleich 10 kill ja so dann haben wir die hälfte schon mal raus bei ihnen ich weiß dass er einen dragoraden besitzt ich weiß noch nicht was er danach noch besitzt wie du ging erst mal 61 coco coco ah ja doch klar ja 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 pflanze scheiße pflanze drache ah ja ok alola coco wei ok dann weiß ich was er selten was er noch hat ich weiß also noch einen dragoraden besitzt da gehen wir drauf jetzt mal super das tut schon mal weh und die vergiftung im skype sogar noch im sind ok geht es ins kipps ich ja gut es ist eigentlich nur ein drachen pokémon also drache pflanze es ist nicht mal ein psychopokémon nicht mehr zumindest geht dann auf seite dann geht dieses nido king äh kippen nido king ist mal das alola coco wei weg das war sein vierter so was hast du noch ein dragoraden weiß ich du die frage ist was ist dein letzter das dragoraden weiß ich das ist mir schon klar das bin ich ganz unbewusst so dann gehe ich dafür auf mich gehe ich da mal aufs ganze youtube weil ich aktos ja nicht mehr habe so dann gehe ich davon aus dass ich mal auf jeden fall einen gedankenwut reinhauen muss so erstmal werte erstmal die werte müssen pushen spezialhang mit spezialverteidigung mutanfall das sollte speziell sein das sollte eigentlich mit nur nicht wirklich weh tun oder gut die hälfte so die frage ist kriegst du es weg mit einzug ne oh gegabt dragoraden geht auf jeden fall erstmal warten ich jetzt nicht irgendwie irgendwas will jetzt nicht irgendwas riskieren sondern ich gehe komplett drauf auf sich und genäse jawohl damit ist das thema dragoraden erledigt die frage ist was kommt als nächstes was hast du noch klurak ok klurak super dann würde ich was rechnen müssen wenn sie das probiert so ich vielleicht reicht es ja nicht ganz aber das könnte ein doppel ko werden beim youtube wird jetzt sterben das ist klar so ja ich riskiere es ich gehe jetzt auf nido king ich versuche jetzt das irgendwie das nur mal raus zu nehmen wenn man es mir kann drakenpuls überstrahlen damit ist das ding durch glück gehabt wenn das nido king jetzt stirbt ist klar und damit war es das ja komm ich gehe jetzt auf nimmer sicher ich gehe da jetzt mal gar nix nehmen wir das reitschuh rein und da geht klurak mit dem donnerschlag baden selbst wenn er jetzt anfangen dürfte wird er ja nicht tschüss und damit war es das siegfried ist ebenfalls besiegt level 61 noch für reitschuhl schnell mitgenommen gut dass wir da von den anderen progamern nicht mitgehen so ich hatte nicht erwartet dass du dich dass ich so im bredouille geraten würde aber aber mein drachen her hätte doch eigentlich den sieg davon tragen sollen das zeigt wohl nur noch deutlicher dass du einfach eine klasse für dich bist du weißt ja jetzt erwartet dich noch der die verteidigung des titels als champ so da mein team extrem schwer angeschlagen ist werde ich jetzt definitiv klar erstmal mein team heilen bevor wir dann ins finale gehen die letzte folge aus pokémon let's go evoli und dann sind wir durch wie gesagt für mich ist der pokédex zu ich habe den vervollständigt habe alle 150 pokémon gesehen beziehungsweise gefangen gut da ich jetzt reitschuhl weiß drin lassen werde so tschüss dass es klar ist weil jetzt kommt als nächstes klar unser kleiner freund unser rivale das werden wir dann aber uns in der nächsten folge ansehen wir sehen uns dann wieder bei let's play pokémon let's go evoli und dann mit dem champ fight und dann mit dem und dann mit dem